Hallo Leute, hier ist Biti, euer Bitcoin-Training-Informat. Wir haben hier heute den 29. Oktober und ich habe natürlich wieder ein bisschen was vorbereitet. Hier ist das 5 Minuten Turbo-Update für Bitcoin. Los geht's! Und wie gewohnt, schauen wir unsere TradingView-Analyse an. Was sollen wir momentan tun? Auf das große Zeitfenster hingesehen, auf den Tageschart hier gesehen, sollten wir zusammengefasst kaufen. Die 4 Stunden sagen uns auch momentan, kaufen, 2 Stunden kaufen und die Stunde ist neutral bis kaufen. So, summa summarum, schaut das Ganze eigentlich recht positiv aus. Schauen wir ganz schnell rein, CoinMarketCap, was sagt uns das Ganze hier? Bitcoin geht momentan nicht ganz so gut hoch, 0,2%, aber Ethereum geht schön nach oben, 4,8%. Der Binance Coin geht auch schön nach oben, hat wieder die 500 Dollar erreicht, 4,4%. Cardano, EDA geht ein bisschen runter, Solana geht ein bisschen hoch, XRP geht ein bisschen runter, also ein bisschen hoch. Also es ist nicht ganz so viel Bewegung da momentan und das checken wir jetzt mal. Was sagt uns das Ganze? In 24 Stunden der größte Gewinner ist momentan Mana. Mana geht hoch mit 54%, der Bat geht hoch mit 20% und Helium geht auch hoch mit 14%. Größter Loser, Shiba. Ja, Shiba ist richtig runtergegangen. Es wird auch heute ein Shiba-Video geben, Leute, da werde ich euch mal kurz zeigen, was bei Shiba so los ist momentan. Phantom geht nach unten und Harmony geht nach unten. Shiba eigentlich ein kurzer Tipp, Leute. Momentan bin ich noch hier am Shorten, aber da könnte gleich was Großes passieren, also schaut euch ganz schnell auch dann mein nächstes Shiba-Video an, das folgt dann gleich. So, jetzt aber mal rein hier zu Bitcoin. Das ist die Dominanz von Bitcoin, Leute. Und wenn wir uns diese Dominanz hier mal so ansehen, seht ihr schon, okay, die Dominanz geht weiter runter. Wir sind bei 44% und jetzt auch sogar wieder mal unter dieser berühmten EMA 200. Hier ist der 4-Stunden-Chart, Leute. Also, unter dem Ribbon-Band, unter der EMA 200 und schön langsam aber sicher kommt hier der Boden unseres Aufwärtskanals. Der liegt irgendwo hier bei 43,8%. Sagen wir mal so, hier irgendwo da unten. Da sollte ja der große Support kommen und von da an könnte es wieder nach oben gehen. Also, summa summarum, momentan besser Altcoins zu traden als Bitcoin zu traden. Ihr seht schon, die Bitcoin-Dominanz geht wieder nach unten. Schöner Bump nach oben. Wir haben einen schönen Aufwärtskanal. Trotzdem, in diesem Aufwärtskanal geht es auch natürlich mal nach unten. Und das ist natürlich die bessere Zeit für Altcoins. So, jetzt aber mal. Leute, das ist der 4-Stunden-Chart für Bitcoin. Und ihr seht schon, der Abwärtskanal hält nach wie vor wie meine Frisur. Und wir gehen nach unten. Roter Kanal hier, es geht nach unten. Wir haben nach wie vor den großen, großen Support hier. Der hält bei 60.000 und wir sind jetzt bei 61.000 hier in etwa. Oben, wenn wir da ein bisschen reinzoomen, sehen wir schon diese rote Linie. Was ist diese rote Linie? Die nehme ich jetzt mal raus. Das war nämlich der alte Widerstand. Den checken wir jetzt hier mal beim Bar-Chart. Und da seht ihr schon, der neue First Pivot Resistance Point, der liegt hier bei 63.000. Also, rein in den Chart. Und hier bei 63.000 eine Linie gezogen. Das ist jetzt mal unser nächster großer Widerstand. Ja, um da hinzukommen, müssen wir aber mal aus diesem blöden Abwärtskanal ausbrechen. Und momentan brechen wir da nicht aus. Ihr seht es auch schon, ja, wir sind über der Mittellinie, über dem Support, alles gut. Über dem Ribbon Band. Und hier auch gerade wieder mal der Kampf mit dem Ribbon Band. Ein Spike nach unten und der Fight mit dem Ribbon Band. Die große Frage ist jetzt, was passiert jetzt mit dem Ribbon Band? Bleiben wir da drinnen? Brechen wir nach oben aus? Das checken wir jetzt gleich mal. Also, gehen wir jetzt mal ein bisschen tiefer in den Stundenchart hinein. Was geht denn hier so ab? Im Stundenchart sehen wir schon, oh, ein interessanter Fight, Leute. Schaut euch das mal an. Wir sind jetzt momentan am Fighten über dem Ribbon Band unter der EMA 200. Wie geht das Ganze jetzt weiter? Wir bauen auch gleichzeitig hier ein kleines Dreieck. Das zeige ich euch hier mal. Höchster Linie, noch unten ziehen. Das ist mal die eine Linie. Und dann haben wir natürlich auch von unten ein Dreieck. Das ist diese Linie hier. Die ziehen wir jetzt mal einfach hier so rüber. Aber ihr seht auch schon, wenn wir jetzt reinzoomen, Leute, dieses Dreieck ist jetzt mal sehr interessant. Wir haben hier bei dem Dreieck, wo wir sind, sehr, sehr viel Support auf der Unterseite, Ribbon Band, Widerstand auf der Oberseite mit der EMA 200. Wo geht die Reise jetzt hin? Das hängt jetzt davon ab. Schaffen wir die EMA 200? Könnten wir nach oben ausbrechen vom Dreieck? Das wäre super. Dann hätten wir diesen Abwärtskanal. Den müssten wir nach oben noch trennen. Das wäre noch besser bei 61.200. Hier hoch auf die 62.100. Dann noch unseren First Resistance Point bei 63.000. Und dann ist nach oben hin alles offen. Eines können wir auch noch machen, Leute. Wir können einen schnellen parallelen Kanal von unten nach oben ziehen. Der ist jetzt aber nicht so wirklich toll. Denn wir hatten hier einen bösen Ausreißer nach unten. Das geht eigentlich gar nicht. Denn wir hatten hier ein tieferes Tief. Und das macht mir ein bisschen Sorgen, Leute. Ein tieferes Tief ist nie gut. Das wisst ihr. Der Spike da nach unten war nicht gut. Auf die 57.8. Wir müssen da aufpassen. Was liegt da unten bei 57.8? Schauen wir uns das Ganze kurz an im Bar-Chart. Da liegt hier zuerst mal der erste Support hier bei 59.000. Und hier dann bei 57, 57.6, 57.0 und 56.7 der zweite Support. Hier einige Supports. Und da sind wir jetzt mal so direkt drauf gespiked. Also sehr interessant, was da weiter passiert. Leute, vergesst nicht. Im Wochen-Chart hatten wir dieses bearische Pattern. Den Doji Star Bearish Reversal. Da sind wir noch immer drinnen. Und ihr wisst, diese Pattern hier funktionieren am Wochen-Chart wirklich gut. Also Leute, vergesst nicht. Wir sind hier unter einem Doji Star momentan im Wochen-Chart. Bauen jetzt gerade die nächste Kerze. Und es wäre durchaus möglich, dass diese Kerze noch weiterhin nach unten geht. Also ich muss sagen, Achtung, Achtung. Es ist momentan brandgefährlich bei Bitcoin. Es könnte weiter nach unten gehen. Checken wir noch schnell den Tages-Chart hier, bevor wir das Video beenden. Wir sind beim Tages-Chart. Jede Kerze ist eine Stunde. Ja, wir hatten die gästige Kerze als Bullish Engulfing. Aber momentan ist es nicht so interessant mit diesen Candlestick Patterns. Mit diesen Bullischen und Bearischen Harami. Denn die funktionieren nicht so gut. Bei diesem Pump hier funktionieren sie nicht so gut. Aber was gut funktioniert, ist der Ikimochu, Ichimoku. Jedes Mal tue ich mich schwer mit aussprechen. Ichimoku. Blaue Linie Widerstand. Rote Linie Support. Rote Linie liegt bei 57.000. Blaue Linie liegt hier bei heute 62.000. Da sind wir zwischendrin. Und da ist die große Frage, wo geht die Reise hin? Brechen wir nach oben wieder aus oder nicht? Solange wir tiefere Hochspauen, ist es bearish. Solange wir höhere Tiefs bauen oder ja, höhere Tiefs bauen. Tiefere Tiefs bauen, Leute, ist das Ganze bearish. Geht es weiterhin nach unten. Und da müssen wir jetzt eben aufpassen, wo die Reise jetzt hingeht. Leute, das war es für heute. Macht es gut. Ich hoffe, euch hat das Update gefallen. Würde mich über den Daumen nach oben freuen. Ich sage es nochmal so kurz. Also vielen Dank für euren Support. Euer Biti, euer Bitcoin Training Informant. Bye, Leute. Und schaut vor allem das Shiba Inu Video an. Das könnte für euch sehr interessant sein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.